Die Zukunft der Pflege, das war Thema einer Konferenz in den Räumlichkeiten von Teamtraining in Tübingen im Rahmen des Projekts Sohle 24 Ohre. Darin geht es um die 24-Stunden-Betreuung älterer Menschen zu Hause. Wegen der demografischen Entwicklung wird dieses Thema, gerade auch in den beteiligten Ländern, Deutschland, Österreich und Italien, immer wichtiger. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer tauschten sich über das Thema aus und diskutierten darüber, wie sich Pflege in Zukunft entwickeln könnte. Innerhalb des Projekts entstanden ein Ratgeber für Familien und Angehörige sowie Lernunterlagen für die Qualifizierung. Diese soll sich an Menschen mit Migrationshintergrund richten. Neben der fachlichen Ausbildung sollen diese auch themenbezogene Deutschkenntnisse erwerben. Auf diese Weise wollen die Initiatoren den stark wachsenden Bedarf an Fachkräften in der 24-Stunden-Betreuung auch in Zukunft decken. Teamtraining Tübingen arbeitete dabei mit dem BFI Tirol, der Arbeitskammer Tirol und dem Land Tirol sowie mit EuroCultura zusammen. Finanziell unterstützt vom Erasmus-Programm der Europäischen Union. Die Ausbildung ist ein sehr guter Ton. Die Ausbildung ist ein sehr guter Ton. Die Ausbildung ist ein sehr guter Ton. Die Ausbildung ist ein sehr guter Ton.